Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich hoffe wir werden jetzt erstmal noch nicht attackiert, dass wir, also nicht mehr attackiert, dass wir dann eben jetzt die Sachen wieder verkaufen können, die wir in der letzten Folge wegen meines Nichtspeicherns verloren haben und dass wir uns dann kurz irgendwo mal ausruhen können. So genau, in ihm können wir das verkaufen alles. So. Aber dass wir wenigstens jetzt ein bisschen bessere Rüstung haben, da gefällt mir auf jeden Fall. Ja, dass wir jetzt den Kyras aus Mitril nicht mehr haben, aber ich war halt so doof und hab nicht gespeichert. So. Aber den können wir auch noch was verkaufen. So, das alles weg. Haben wir hier noch irgendwas? Nope. Wir haben jetzt aber dafür Mitril, Rite Pauldron. Sehen aber auch ganz schön lustig aus, finde ich. Das meiste ist eher Gold, was wir haben. Also Dräumer. Der hat hier jetzt nichts Besonderes für uns. Nope. Komm, wir schauen hier auch noch mal rein. Hier ist auch nichts. Auch nichts. So. Wo müssen wir jetzt hier noch verkaufen? Hier im Süden. Ah, der hier bestimmte. So. Ingredients genau. 3030 haben wir wieder auf Tasche. Immerhin. So. Dann haben wir eigentlich im Grunde jetzt alles weg, außer den Stein, den Ember. Wo war denn der Pfandladen nochmal? War das der Pfandladen da hinten? Ne? Das war ein General Store. Genau, das war General Store. Hier konnten wir den ja nicht verkaufen, ne? Da hinten war das doch der hoffentlich. So. Das da. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal in den Palast. Achso, den konnten wir hier auch verkaufen. Ja, wenn wir gleich schnell reisen, werden wir so oder so nochmal hier heilen können. Na, wir können hier nicht hoch. Da ist eine Tür. Also ein Eingang. Und dann da rüber, schnell. Und hier hin. So. Für die machen wir ja die Quest. Ja. Zehn Tage. So. So. Und nochmal schauen. Wie heißt jetzt der Ort? Äh. Woodsmith Manor. Okay. Jetzt müssen wir nach Woodsmith Manor. Gut. Kommt. Das reicht doch bestimmt. Äh. Da. Und ja. So. Jetzt sind wir voll. Hier nochmal ein Save Game. Hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger, glaube ich, zu finden, wo wir hin müssen. So. General. Ja, Max. Äh. Äh. I don't think I wanna tell you where to find you. Okay, dann halt nicht. Oh, hello, Max. Äh. Begin your pattern, but that's such a stupid question. Okay. Die mögen mich nicht. Vielleicht muss ich irgendwie anders mit denen reden. Normal. Äh. Sorry, friend. I can't help you there. Vielleicht politisch. Ähm. Vielleicht doch so. Gotta be somewhere around here. Okay. Fragen wir denchen mal. Was haben die gegen mich? Die junge Dame bestimmte. Of course, I'll help you. Just go away south-west up here. Die Richtung. Ist das hier das? Ich will jetzt mal riskieren, versuchen, da mal rein zu gehen, wenn ich die Tür finde. Da ist die Tür. So. Oh. Hello, Max. Die kennen mich alle. Die lieben mich. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Da nicht. Hier erst recht nicht. Vielleicht oben. Auch nicht. Okay. Falsches Haus wahrscheinlich. Dann wahrscheinlich das da. So. Wir gehen einfach mal in jedes Haus rein, in der Hoffnung, dass wir den finden. Das könnte aber auch das hier sein. Äh. So. Ah, das sieht danach aus. Als wäre er das. Wir machen hier trotzdem mal ein Save-Game. Das ist, glaube ich, der Falsche. Ist er denn wirklich nicht? Der sieht danach aus. Oder warte mal. So. So. Jim Crow-President. Northwest. Okay. Nordwestlich von hier. Frank den hier nochmal. Äh. Ah, perfekt. Jetzt hat er das markiert. Das hier. Das hier ist es. Dann würde ich sagen, hier nochmal ein Save-Game machen. Nur um ganz sicher zu gehen. Für den Fall, dass wir gleich wieder drauf gehen sollten. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Das ist der Ausgang. Er vielleicht, hä? Ja, das kennen wir schon. Und. Jetzt kommen wieder die Dokubi. Die der Dritten. Oder die hier. Death to the traitor that assassinated Lord Castellian. Ich war das nicht. Yo. Die Sucke weg. Leave this place, little Nord. We have come to claim Lord Castellian. You have done your part by delivering his Feneral Shroud will, which summoned us. So. Erstmal alles looten. So. Alles looten. Ach komm schon. Wie viele wollen da noch kommen? Und noch mehr Sukkubi. So. Kann ich das hier jetzt schon remove'n? Yo. Kann ich von hier aus. Ich werde hier ordentlich was kriegen. Das gefällt mir mal hin. So. Geh kaputt, nackter Frau. Nackter Sukkubi. So. 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 Jetzt warten. Alles mal wieder remove'n. Können wir ein bisschen durchziehen, finde ich. So. Dürft jetzt keiner... Doch. Hier kommt noch einer. Natürlich. Ziehen wir das mal an. Autsch. Okay, wir werden immer besser ausgerüstert. Das finde ich krass. Jetzt können wir aber gehen. Was für'n Ruf haben wir? Immer noch... Hä? In the eyes of the law of Veyrest, you are coming to... Okay. Ich dachte schon. So. Dann erstmal wieder zurück nach Veyrest. Ganz schnell. Ich habe aber das Gefühl, wir werden hier auch nochmal attackiert oder so. Deswegen lasse ich mal die Buffer dran. Und nochmal ein Save Game. Obwohl, komm. Ziehen wir mal die runter. Nicht, dass wir aus Versehen auch noch irgendwie... Aus Versehen rechtsklicken machen und dann irgendjemand hier aus Versehen noch killen. Wo ist denn das Haus? Das hier sein sollte. Da. Ich habe das Gefühl, wir sind auf der Rückseite. Ja. Wir gehen sogar noch den langen Weg drumherum. So. Jetzt gehen wir rein. Und ich hoffe, die Quest ist jetzt als erfüllt. Oh, how marvellous you are. Hier, let me give you the cloth amulet, I promise you. I hope Lord Castellian appreciates the extra work I put into the row. It is a real attention getter now. Let me give you something more than the cloth amulet, Max. My father is very interested in a certain ancient relic called the Totem of Tiba Septim. Tiba Septim. Ah, okay. He has spice all over the place looking for it. When they find it, my father will need someone to secure it. Obviously, whoever he chooses will be fabulously well rewarded. I will give him your name. That is the least I can do. Danke für den Cloth amulet. Okay, die attackiert nicht mich. Habe ich jetzt einen besseren Ruf hier. Immer noch Common Citizen. So, dann können wir jetzt nochmal den ganzen Staff verkaufen. Beziehungsweise, wir schauen mal an, was wir jetzt eigentlich genau haben. Ob wir irgendwas Besseres haben. Vielleicht sogar einen Wagen. So, nee, Stil brauchen wir ja nicht. Nee, eher weniger. Wie sieht es damit aus eigentlich? Slightly used. Der wird irgendwann kaputt gehen. Das merke ich schon. So viel, wie wir den benutzen. Den müssen wir irgendwann mal reparieren. So. Und hier lang. Da ist der General Store. So. Da können wir jetzt hier mal... Ah, Repair-Item. Können wir das repairen? Das does not need to repair. Okay. Äh, nee, das lieber nicht. Okay. Muss das repariert werden? Ja. Okay. Mehr haben wir aber auch jetzt nicht, was repariert werden muss. Alles klar, müssen wir jetzt mal wieder anziehen. Den hier. Das. 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 Und hier unten. Das. 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 Und das. Warte mal. Und das hier auch wieder anziehen. Natürlich. So, da können wir dem jetzt auch noch... ...die Dinger hier verkaufen. Was hat er hier so? Oder hier? Okay, wir gehen weiter nach Westen. Boah, dieser Rucklar. Boah. Ach so. Das ist noch... ...zu früh. Sagen wir drei Stunden. Drei Stunden warten wir jetzt. sondern haben wir hier noch jede menge und hier auch nur dort alles wie viel haben wir so wie sieht es hier aus was hat das so ein sortiment vitrile graves aber wir haben adamantium graves die sind besser plus 15 hier aber auch plus 15 jetzt ist die frage was ist jetzt wirklich besser das oder das ich würde sagen gelassen beim adamantium gehen hier jetzt auch mal rein er hat dann nichts hier hat er auch nichts so was fehlt uns noch zum verkaufen ok nur noch die ingrediens das war weiter im norden der laden oder genau das da das war der laden jetzt haben wir wieder 12.000 auf tasche und im norden können wir noch mal zur bank gehen das alles wieder einlagern so wo ist denn die bank jetzt noch mal da links so und hier ist er ja deposit 12313 noch ein bisschen dann haben wir 200.000 wir sind stinkreich hier aber wir wissen auch nicht wohin mit unserem geld muss man auch sagen aber ich würde sagen ich will noch mehr quest für die dings machen oder warte nee das wollten wir jetzt nicht wissen der rest du so du so ach so der earth gott completed ok aber vielleicht müssen wir zum vater jetzt gehen in der in palast wenn wir die neue quest haben wenn wir die neue quest haben ich finde nebel aber ruhig krass gerade welchen ruf habe ich jetzt immer noch immer noch normalen citizen ok ein gewöhnlicher einwohner so dann gehen wir jetzt mal zum zum daddy ich glaube nicht dass das der daddy ist sondern das da good day max king edward da warte mal hat er nichts was mit ihr also nichts oder ihr die hat auch nichts oder wir fragen dich hier nochmal die können wir gar nicht fragen so good to see you max how can I help you ja dankeschön was mit dem hello my friend ja ich hatte was mit der victiviere herzen ist auch interessanter name darf ich hier rein was mit dem was mit dem oder mit ihm was mit dem was mit dem was mit dem was mit dem ist klar excellent heres die talk nice die würde ich auch gerne mal nach quest fragen aber machen wir nächste mal wieder hier sind gehen wir jetzt mal raus so lesen wir uns nochmal hier durch wohin long way minster so find long way boah dieses ruckeln das macht mir angst so einmal save game und ah das ist schon ein dorf ok was sind das eigentlich für den laden general store komm wir fragen den netten Mann so and reckon a little more wandering around will make a right good improvement your manners ok dankeschön er vielleicht that's south east with a bit of walk south east die richtung also hier irgendwo müsste das dann sein ne warum sind so wenige leute da ich hätte jetzt gern paar npcs hier hallo die mir sagen können wo ich hin muss da hinten ist einer so last time i checked it was north east with a bit of walk so er nochmal i guess i can tell you it's let ah perfekt guter man das hier so wo muss ich hin lady in grün du bist keine lady in grün keine lady in grün ist die jetzt da oben die ist tatsächlich hier oben lady in grün ah gut zu sehen max und die talk auch excellent hier ist ein kleiner trinket für eure Probleme ich hoffe du magst äh red take care of yourself na einmal kurz save game machen nicht dass da jetzt auch noch irgendwas kommt und uns attackiert töten will oder so na da kommen sie von so orc sergeant just died aber wo ist die leiche so dann egal zurück nach wayrest und wir haben 7 10 wir werden jetzt aber noch was von kein orc attackiert immerhin so wir müssen dann mal hier unten rum dann wir nach norden können so welchen ruf haben wir immer noch common citizen ich will hier gerne einen besseren ruf kriegen das würde ich gerne hinkriegen so ok von kein orcs attackiert das war der hier ich höre dass deine mission war ein success max das ist gut sehr gut sehr gut sehr gut ja gerne die gefällt mir mit der möchte ich mal gerne quatschen well met stranger das ist ein dunkel elf ok hat der vielleicht eine quest good to see you max how can i help you oh die lieben mich alle well met stranger die nicht schade dass die keine quest gibt also mit ihm kann ich ok den hatten wir ja gerade stimmt oder er i'm happy to see you max die lieben mich hier alle hat die wieder eine neue quest immer noch nicht oder er hello my friend good day to you max na vielleicht oben oder die die haben wir noch gar nicht i'm my friend ja ja oh hello max good to see you max how can i help you die markt mich auf hello my friend ich habe hier keine quests mehr finde ich schade wirklich wirklich schade dass sie mir hier keine quests mehr geben so dann gehen wir halt mal wieder für unsere gilde arbeiten da ist der ausgang wo waren unsere gilde hier da vorne wo um diese uhrzeit das haben die noch nicht offen also vier stunden gleich pennen beziehungsweise warten eher so hier wir haben erst immer mal elf offen ja so get quest the hunter ne oder traitor you are not yet a trusted member of the knightly order kennen wir ja mhm so dann na erstmal schauen wie heißt die stadt oder modern game house of where is we send called mhm in castle copper slay hoppala v wo die drücken find copper slay castle copper slay da hinten ist es so so save game auf die vier haben wir lange nicht mehr gemacht auf die vier oh kann ich nochmal mal ja dann machen wir so gleich sind wahrscheinlich feinde in der nähe das nochmal das okay wir werden gerade attackiert den pfeil haben wir abbekommen da ist er Achso, wir sind immer noch ... Hm, okay, dann resten wir. Da ist wieder einer. Okay, wo ist noch ein Gegner? Da. Ah, okay. Okay, and never awaken. Okay. Was das ein Orkisch-Siegel? Ein harscher Jahr bringt dich kurz. Dann gehen wir vielleicht lieber rein. Ich glaube, hier draußen sind nur andauernd irgendwelche Orkjäger. Äh, Werwolfjäger. So, und dann resten wir hier. Nochmal für 12 Stunden. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt ... Ah, okay. Dann nochmal. Nein, nicht 21, 12. So, dann ... Jetzt müsste es aber gehen, ne? Oh, Geld. Nice. Long Shirt. So. Da. Wo geht's denn hier hin? Oh. Da war neben mir ein Monster, hä? Achso, nur ein Bär. Oh, das gefällt mir gar nicht, wenn man so tief runterfallen kann. So. 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 So, aber ... So. Ansonsten würde ich alles dort lagern. An Rezepten und so weiter, was wir finden. So, den haben wir. So. Hier geht's wieder runter, aber wir bleiben erstmal auf der Ebene. noch ein Orgs Sergeant. Noch ein Orgs Sergeant. Wo geht es denn hier hin? Oh, noch eine Tür. Ah, wir sind voll. Okay, erstmal wieder zurück. Den ganzen Weg noch einmal kurz zurück. Alles wieder in den Wagen packen. Vorausgesetzt, wir finden den Weg zurück wieder. Wo kommst du denn her? Nee? Hier wahrscheinlich, ja. Und dann genau hier hoch. So. Alles einmal removen, leer machen. So. So. So, es gibt nur diese eine Richtung, gefällt mir gerade auf. Das finde ich jetzt krass, dass es hier nur diese eine Richtung gibt. Geheimtüren habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die eine Tür hier haben wir vergessen. So. Looten. Und da ist der nächste. Komm, wir ziehen mal das hier an. Sieht doch besser aus, ne? Dann haben wir jetzt eine rote Unterhose statt eine weiße. Genau. Die Richtung. Komm, wir gehen auch mal hier lang. Genau. Der hier war der, der jetzt noch gefehlt hatte. Und nach unten müssen wir auch noch, aber wir waren ja erstmal hier entlang gelaufen. Und dann waren wir hier, meine ich. Und das Loot hat noch gefehlt. Sonst war hier nichts. Oh. Hier geht es ja auch noch weiter. Dwarven Kyras. Wird auch plus 13. Der sieht irgendwie cooler aus. Da halten wir den mal bei. Komm, der geht hier hin. Boah. Das schreckt mich nicht. Wo geht es hier hin? Oh. Nochmal. Zwei Türen. Na. Okay. Jetzt noch einmal zurück. frage es wurden genau hier den stamm welche glauben geradeaus genau und dann nur noch den weg hier folgen noch zu früh hier war das folgen so und dann noch hier nein falsche taste wie mögen wir alles mal dann aber auch sehr viel diesmal wieder dann würde ich sagen dieses mal machen wir jetzt gleich nicht noch nicht hier sondern die nächste tür gleich zuerst nach links statt nach rechts genau hier dass wir erstmal hier hingehen so mitnehmen ah ok da haben wir den traitor ok jetzt fehlt nur noch hier hinten alles nach unten müssen wir noch stimmt hier waren wir schon von wo sind die türen die aufgehen die ich da höre ja stimmt hier waren wir auch schon dann hier noch ja hier hatten wir auch schon moment ok wo war denn das jetzt was fehlt wahrscheinlich nur noch das hier unten hier gab es auch noch irgendwo eine treppe die weiter nach unten geführt hat oder nicht ah stimmt hier wenn wir nochmal zurückgehen und dann hier lang wahrscheinlich hier genau das war das den wir gerade hatten und hier ist die treppe runter 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 kommt Aua den habe ich gespürt so Gibt es hier noch irgendwie was da, so eine geheime Tür? Jo, hier ist tatsächlich eine geheime Tür. Okay, den Bereich haben wir jetzt, ah und dahinter war noch eine, aber hier ist nichts was sie lohnt. So, dann heißt es jetzt nur noch da hinten geradeaus. Die Tür. Ich hoffe, das können wir alles noch mitnehmen. Ja, können wir. Perfekt. Jetzt ist nur noch, wo waren dort andere? Wir haben nur noch die Treppe da. So, dann gehen wir aber jetzt erstmal zurück. Ne, falsche Richtung. Ist auch ein Irrgarten hier. Das hier war der Glaube hier, der noch fehlt. Ne. Egal, den pinnen wir gleich noch. Hier sind wir wieder falsch. Bin ich gerade echt zu blöd, den Weg wieder zurückzufinden? Stimmt, das war der hier hinten und dafür müssen wir nach hier hin runter. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Wir müssen da hinten. Genau, hier. Jetzt ist er nur noch geradeaus. Ne, zu früh. So. Und da wären wir. Nein, noch nicht. Hier wären wir. Einmal alles removen. Wir haben wieder unendlich viel Scheiß bei uns. Aber den letzten Gang machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's. Ich bin's. Ja, ich bin's. Ey, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020